Guten Tag, mein Herr. Tut mir leid, der Kurs ist zu Ende, Sie sind zu spät. Oh, ich muss mich entschuldigen, wo sind denn meine Manieren? Mein Name ist Gerd G. Geldspeicher. Ach, der weltberühmte Kunstsammler? Der eine und einzige. Ja, aber was tun Sie denn hier? Ich bin auf einem Einkaufsbummel. Ich kaufe Kunst für mein neues Museum. Hier sind Sie genau richtig. Ich bin der größte Künstler in Bikini Bottom. Das hier trägt den Titel, der geflügelte Thaddeus. Ich glaube nicht ganz, dass das zu den anderen Stücken in meiner Sammlung passt. Warum nicht? Na, weil es eine Kunstsammlung ist. Wie wäre es mit dem hier? Es heißt, ein Hauch von Tüll. Oder er gehört in den Müll. Pardon, das habe ich wohl übersehen.